ein herzliches hallo von mir an euch willkommen zurück zu einer neuen demo die wir hier zusammen spielen und zwar spielen wir heute catfee time das ist eine art wir müssen ein café aufbauen und müssen aber auch zeitgleich noch streunende katzen retten und so weiter und so fort und irgendwie können wir dann auch an mit den katzen an wettkämpfen teilnehmen wenn ich das richtig gesehen habe viel zu tun die katze dagegen ist glaube ich nicht mehr so gut ja das spiel bzw die demo gibt es jetzt gerade nur in englisch ich denke aber das ist okay und ich würde sagen wir legen auch direkt los ich hoffe ihr hört im hintergrund nicht die ganze zeit autos ich habe das fenster auf weil hier ist super warm in diesem zimmer aber lasst euch davon nicht stören und nicht ablenken und es gilt wie für alle anderen demos ich nehme diese demo am stück auf und schneide das hinterher das heißt es kann sein es gibt nicht zu jeder folge ein hallo und tschüss aber ich denke dass es okay bei dem muss ist das immer super schwer einzuschätzen wie lange die gehen und dann macht man am ende irgendwie ein folgen ende und dann kommen nur noch drei minuten demo deswegen immer ein bisschen schwierig wir machen das aber so wie die ganzen letzten mal dann bei den demos und ja geht los würde ich sagen willkommen zur spiele demo die story ist noch nicht fertig und deswegen werden wir jetzt von dem entwickler durch das spiel geleitet durch die demo geleitet sagen wir es so hinter ihm ist unser katzen kaffee ich wollte noch lesen ich dachte ich kann vielleicht scrollen wie heißt unser kaffee bevor gedanken machen sollen wir unser kaffee ich mache es obwohl wenn ich es jetzt ketten nenne weiß ich nicht ob wir durcheinander kommen äh miauliches so nennen wir das es ist ein sehr interessanter name ich kann den namen übrigens jederzeit ändern im management system er erzählt uns kurz was ganz wichtige items sind das ist eine packstation da werden die möbel die wir bestellen gelagert ähm wir müssen immer frühes nachschauen wenn wir was bestellt haben das ist unser roller da können wir durch die stadt fahren und auch streunende katzen jede nacht fangen ähm der ist aus dem second hand shop ja wir haben das von einem alten farmer abgekauft der angst vor igeln hat weiß nicht wofür die info jetzt wichtig ist ähm das notiz schwarze brett ähm wir können die preise festlegen und was wir anbieten wollen und hier öffnen wir auch unseren laden und ja weil sich hier draußen immer mehr leute ansammeln gehen gehen wir jetzt mal rein ich kann auch noch ein bisschen rein und raus so mich so ein bisschen raus ich finde das immer ein bisschen schöner ich mehr sehe kommt noch nicht so weit das ist der garten das ist auch der eingangsbereich von unserem café können ja auch draußen tische und sowas hinstellen und mit den katzen spielen und hat uns einen tisch schon mal da gelassen ähm ja hier kommt auch jeden tag müll dazu in diesem garten den müssen wir dann halt wegräumen weil das hat einfluss auf die kundenzufriedenheit glaubt erst schön über die hinterlassenschaften so das ist unser laden und hier kann ich sachen vorbereiten die ich verkaufen möchte er hat uns sogar ein paar möbel hier gelassen die können wir später noch auspacken und hier anscheinend wohnen wir hier auch äh ja mhm hier gibt es jetzt ein bett und computer erstmal und hier können wir auch einkaufen rezepte anschauen unsere katzen managen und anschauen wie zufrieden unsere kunden sind ja und manche sachen gibt es wahrscheinlich noch nicht wegen der demo aber am wichtigsten wie kann es einen katzen café ohne katzen geben oh er hat uns drei katzen im garten vorbereitet ähm wir können einen davon wählen und unser pokémon äh nein Katzen-Café-Business starten ähm ok und wenn uns die Demo gefällt dann gern auf die Wishlist und er bedankt sich dass wir die Demo spielen ah das sieht schon erstmal schön aus muss ich sagen oh oh was war das jetzt? achso für die Katzis ähm noch ein Tisch brauchen wir keine Stühle? ok pikmi 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 können wir uns die erstmal angucken bevor wir uns entscheiden sonst nehme ich glaube ich die die hat rote Augen aber rote Katzen na gut rote Katzen sind aber auch ein bisschen zickig ne aber die ist auch süß warte mal ok kann ich mal erst angucken die Katzen wie ich die trage ähm it looks like oh ich hab's ja gar nicht vorgelesen ähm ich hab alles fertig gemacht und jetzt ist der Shop unseres äh wir müssen die Möbel arrangieren das haben wir schon gemacht äh müssen unser Menü am schwarzen Brett einstellen und dann können wir den Tag starten äh cutie ähm wie wie genau nutze ich jetzt den Staubs auch hier die Möbel ist hier zum Glück noch nicht ok ok dann äh wir müssen erst Rezepte kaufen kann das sein geht gut los ähm Amazon my kitty oh das ist unsere Mietzi sie ist waterproof waterproof picky und warm up können die später auch verkaufen ich verkaufe doch nicht meine Katzen aber ich glaub wir müssen wenn wir so viele haben ähm Rezepte ok wir haben jetzt ein Rezept für Wasser ach sieht schon auch süß aus hier ne Pedigree ok ingredients ok für das Wasser brauche ich wahrscheinlich nix kaufen wir müssen Katzenfutter kaufen ok hier ähm jetzt kann ich aber hoff nicht ok Wasser für 6 Geld es steht sogar da wie oft ich das servieren kann dann weiß ich auch wie viel wir noch einkaufen müssen und so ok ok wir haben geöffnet wir haben geöffnet mach ich das jetzt als dort rum was wie mach ich das jetzt ähm ok danke für die Erklärung Spiel aber sie will kein Wasser kann das sein ähm hat sie mag uns ok war das jetzt richtig ich weiß es nicht wir müssen wir sollen einkaufen aber was denn wir haben jetzt eh plus Wasser auf der Karte oh oh sie hat jetzt Doppelwasser sie will nicht Doppelwasser sie will nicht Doppelwasser was ist mit Cutie ach sooo ich kann die Katze dann mit auf den Tisch legen wenn die Wasser und Katze bestellt haben ah die arme Katze sie möchte Wasser und eine Katze die Katze muss aber grad kleinen Moment die Katze mit dem die Katze die Katze die Katze damit das nicht so damit das nicht das ist ja cool bisschen wie Among Us hände waschen müssen wir nicht das hier eigentlich ich hab's schon essen gesehen möchte wasser und eine katze cutie wird ganz schön missbraucht ja so weil immer alle eine katze dazu haben aber gut das ist halt auch ein katzen kaffee ich glaube ich will dann auch eine katze mit dazu haben ich kann das hier nicht rein machen das ist nur für wasser ich kann aber auch das geöffnete öffnete dose rein machen was ist ich kann nur acht tage spielen in game das ist das hungry aber wie fütter ich sie und endet der tag automatisch ich habe schon so wie ist das jetzt endet der tag automatisch oder nicht dann mache ich jetzt zu was mache ich jetzt mit wenn ich das hier raus stelle also ich tut mir leid aber du musst leider ist leider kein essen katze ich geht schlafen kann ich nicht und jetzt ich kann den tag nicht mehr starten ich habe das schon gemacht okay warte okay warte Habe ich noch eine Katze? Ja. Äh. Kann ich so eine mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Ja, ich möchte... Ich habe keine Ahnung. Return to the park entrance, select the cat to take away and leave the park. So, take it. Okay. Okay. Open the computer, buy cat food for feeding and cans for taming. Oh. 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 Und wie geht das hier? ein bisschen durcheinander, oder? Ich hab... Also, es ist, ähm... Die Erklärung ist ein bisschen komisch. Nee. Es ist nicht super intuitiv. Ein bisschen durcheinander. Ähm... Okay, wir sollen... Kann ich... Taming. Ja, man kann ja nichts machen anscheinend. Ich hol mal... Aber wie fütter ich die? Damit. Okay. Ich hab die ganze Zeit das andere genommen. Ja, die Tüte ist für die Katzen, die uns schon gehören. Und das Hähnchen ist für die, die wir noch zählen müssen. Okay. So, wir sollen noch mehr Rezepte freischalten. Oh, warte mal. Ich hab doch Sachen bestellt. Muss ich die jetzt hier unten erst rausholen? Oder hab ich die jetzt automatisch in meinem Inventar? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bär. Tní. Tänds. Tis. Tまた. T profits. T著. Tсуд. T束. T sinner. Tung. T innovation. T Jason.